Ihr Lieben, ich will euch herzlich grüßen aus meinem Exil hier in der Bremer Neustadt in meinem Arbeitszimmer. Stay home heißt es immer noch. Ich kann gar nicht in der Gemeinde mit euch zusammentreffen. Ich bin auch nicht in der Kirche, auch nicht im Büro jetzt, sondern hier in der Bachstraße und ich denke an euch. Und ich möchte euch irgendwie das vermitteln, dass das wichtig ist, dass wir jetzt in dieser Zeit aneinander denken, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren, dass wir nicht kreisen um uns selbst und unsere eigenen Sorgen und das, was uns beschäftigt, was uns Angst macht. Das ist natürlich manches. Jeden Tag wieder die neuen Nachrichten und die Schwierigkeiten überall, von denen man hört und die Zahlen der Infektionen und der Toten jetzt auch, die einem jeden Tag wieder präsentiert werden. Das kann einem schon Angst machen. Und das ist wichtig, so finde ich jedenfalls, dass man dann nicht nur mit sich selbst allein ist, sondern dass man dann hört von anderen. Und ich will euch das jetzt sagen. Ich denke an dich. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein auf dieser Welt, aber du bist auch nicht alleine beschäftigt mit deinen Problemen. Wir teilen sie alle. Und es gibt welche, die an dich denken. Ich denke an dich. Und ich würde mir das wünschen, dass wir lernen könnten in dieser Zeit, jetzt so schwierig die ist, auch wieder uns ins Gebet einzuschließen. Dass wir das entdecken, dass das Gebet eine wunderbare Stärkung und wunderbare Kraft ist für uns, die Gott uns gegeben hat, damit wir Kraft tanken können, indem wir uns im Gebet mit ihm selber verbinden. Also wenn wir beten, dann geht ja irgendwie ein Kanal nach oben hin auf. Dann geht ein Fenster im Himmel auf, eine frische Luft von oben strömt ein und Energien zwischen oben und unten verbinden sich. Unsere Ängste und sein Heiliger Geist. Und das tut uns gut. Das weiß ich. Und das möchte ich euch sagen. Also probiert es einfach aus. Wie geht das? Beten. Alles, was ich auf dem Herzen habe, kann ich vor Gott bringen. Meine Angst, meine Sorgen, meine Hoffnungen, meine konkreten Menschen, für die ich bitten möchte. Diese ganz konkrete Dinge, die ich Gott adressieren möchte. Und wenn du das tust, wenn du das hinkriegst, dass du dir die Zeit nimmst, dir Hände faltest, vielleicht mit deinem Lieben zusammen, vielleicht alleine, wenn dir das irgendwie auch peinlich ist. Wir sind das alle nicht so geübt. Beten, wenn wir es richtig ernst meinen und beten ganz privat und beten, weil uns etwas bedrückt. Ich glaube, das wird dir helfen. Das wird dir gut tun. Ich habe ein Bibelwort mitgebracht, aber bevor ich das vorlese, will ich noch den Engel, der hier die ganze Zeit hinter mir von der Wand lächelt, kurz vorstellen. Das ist ein Engel, den habe ich vor circa 20 Jahren in Amsterdam gesehen und habe ihn mitgebracht nach Hause. Der hat mich in die Staustraße begleitet und jetzt auch hier in meinem Arbeitszimmer in der Bremer Neustadt. Ein indonesischer Engel, wenn man ihn genau anschaut. Und ein Engel ist ja nun mal ein großes, starkes Symbol dafür, dass Gott da ist, dass Gott dich sieht, dass Gott auf dich aufpasst, dass Gott auf dich achtet, dass du ihm nicht egal bist. Und das ist auch mir wichtig. Darum habe ich diesen Engel hier in meinem Arbeitszimmer an der Wand hängen. Ein Holzengel. Aber eine Erinnerung daran, dass Gott da ist. Vielleicht geht es euch auch so. Ich habe neulich im Kindergarten mal rumgefragt, die Mitarbeitenden des Kindergartens bei uns, was fällt euch zum Thema Engel ein? Und da haben ganz viele gesagt, also zum Engel fällt mir als erstes ein, Schutzengel. Und das war wirklich erstaunlich, wie viele Mitarbeitende gesagt haben, also mir ist irgendwas passiert und ich bin davon gekommen. Und hinterher erschien es mir wie ein Wunder. Ein Autounfall, das Auto war völlig kaputt und ich stieg aus und hatte keinen Kratzer oder kaum einen. Solche Dinge. Vielleicht geht dir das auch so, dass du dich erinnern kannst, wie doch manches Mal du davon gekommen bist, obwohl große Gefahr bestand, obwohl es wirklich ernst war. Und du dann hinterher doch gesagt hast, da hat Gott seinen Schutzengel geschickt. Da hat er auf mich ganz besonders aufgepasst. Ich denke, das ist in dieser Zeit jetzt irgendwie auch wichtig, neben dem Beten und neben dem, dass wir aneinander denken und uns vergewissern und versichern, dass wir uns stützen wollen. Die Erinnerung daran, dass aus dem Himmel auf uns geachtet wird. Das ist doch so. Im Himmel sitzt der ewige Gott und dem bist du so wichtig, dass er auf dich achtet, dass ihm nicht egal ist, was mit dir passiert. Nur die Erinnerung daran, symbolisiert durch so einen Engel, möchte ich dir heute mitgeben. Es wird auf dich geachtet. Als der große Theologe Karl Barth starb und auf seinem Sterbebett schon lag und es ihm wirklich schlecht ging und sein bester Freund Eduard Thoreneisen voller Sorge vorbeikam und der Karl Barth irgendwie gemerkt haben muss, der Eduard, der macht sich nun Sorgen um mich und der hat Angst um mich und so weiter. Da hat der sterbende Karl Barth wohl gedacht, ich muss den Eduard, meinen Freund, trösten und hat ihm gesagt, Eduard, es wird regiert. Es wird regiert. Im Himmel ist einer, der regiert alles, der macht alles. Wir sind nicht zufällig ausgesetzt, wir sind nicht dem Schicksal unterworfen, sondern es wird regiert von dem liebenden Gott, der uns lieb hat und der uns nicht nur geschaffen hat, sondern auch erlöst. Und die Erinnerung daran, dass in solchen Zeiten, wo es so schwer ist und wir denken könnten, keiner achtet auf uns, alles ist chaotisch, alles ist zufällig. Die Erinnerung daran, dass einer im Himmel ist, der auf uns schaut und für uns da ist, die ist symbolisiert in der Gestalt eines Engels. Vielleicht hast du zu Hause auch eine Engelsfigur, stellst dir die hin oder hast dir die längst hingestellt oder deine Kinder malen ein Bild von einem Engel, sprich mit ihm drüber, ob sie Lust haben, Engel zu malen. Im Kindergarten hatten wir ja gerade das Thema Engel. Vielleicht könnt ihr alle auf die eine oder andere Weise euch vergewissern, Engel Gottes sind um mich her und passen auf mich auf. Das möchte ich dir jetzt sagen und mitgeben. Ich lese einen Vers vor, berühmten Bibelvers aus dem 91. Psalm. Da heißt es ja, denn er wird seinen Engeln gebieten, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße. Sei behütet durch den Engel des Höchsten und durch Gott selbst. Amen.